Nächstes Jahr soll sie kommen, die Blankoverordnung. Doch was versteckt sich eigentlich hinter diesem sperrigen Begriff und hat die Einführung Auswirkungen auf die Patienten? Wir haben Dr. Roy Kühne auf der Medizin getroffen und für euch nachgefragt. Also die Blankoverordnung ist ein Mittel, so dass der Therapeut alle seine Fähigkeiten und Fertigkeit am Patienten direkt ausschöpfen kann. Der Arzt verschreibt nicht mehr sechsmal Krankengymnastik, sondern er verschreibt noch physikalische Therapie und der Therapeut entscheidet, welches Mittel er nimmt, wie lange er es nimmt und wie oft er den Patienten therapiert. Also die Entscheidungshoheit geht damit rüber zum Therapeuten. Jedes Mal, wenn der Patient ja wieder neu kommt, fragt ja logischerweise der Therapeut, wie geht es Ihnen? Damit meint er eigentlich so ein klein bisschen die Diagnose. Und wenn sich irgendwas verändert hat, positiv, meinetwegen oder auch negativ, dann kann der Therapeut erneut reagieren und das Behandlungsprogramm umstellen. Er geht von einer starren Verschreibung des Arztes mehr oder weniger jetzt eine flexible Anwendung von dem Wissen, was er hat. Für den Patienten ein Riesenvorteil. Normalerweise hat in Deutschland der Arzt die Hoheit der Verschreibung, damit auch entsprechend dann die Macht über das, was der Therapeut dort tut. Da möchte ich weg von, weil ich denke, dass der Therapeut mit seiner Ausbildung, egal ob es in welchem Ergo, Logo oder Physio ist, sehr viel Wissen angehäuft hat. Und eigentlich der Arzt ja nicht weiß genau, was der Therapeut dort eigentlich macht. Er lernt das nicht während seines Studiums. Er hat kein Praktikum bei welchem Physiotherapeuten. Und natürlich sagen viele Ärzte, ja im Moment, wer weiß denn, was der da macht. Aber ehrlich gesagt, das wussten die ja vorher auch nicht. Von der Seite öffnet er mit wie eine Tür, die aber in der Praxis sowieso schon längst offen ist. Denn ganz ehrlich, was versteckt sich in der sechsmal Krankengymnastik? Was ist eigentlich Krankengymnastik? Und wenn wir jetzt das Wort physikalische Therapie einnehmen, denke ich, hat der Patient einen höheren Anwendungsrahmen mit dem Therapeuten zusammen, was für den Patienten gut ist. Für mich als Politiker ist es wichtig, dass das Ergebnis gut wird. Natürlich Therapeuten sind manchmal nicht die mutigsten Leute. Die sagen, oh weia, wer weiß, was da kommt. Auch natürlich Budgetierung, Verantwortung, Haftpflicht. Wir sehen das bei den Hebammen. Aber ich denke, dass viele Therapeuten sagen, jawohl, ich habe das Fachwissen. Ich kann gut argumentieren. Ich kann mich auch mit dem Kollegen Arzt fachlich auseinandersetzen, mit der Krankenkarte diskutieren, was jetzt hier richtig und wichtig war. Und ich hoffe, dass die Verbände und die Krankenkasse jetzt schleunigst aufeinander zugehen, miteinander verhandeln. Und ich möchte eigentlich, dass möglichst viele Diagnosen in das Format Blankoverordnung überführt wird. Weil ich denke, wie gesagt, in der Praxis läuft es schon längst so. Lassen Sie uns einfach nur das bitte, was draußen in der Praxis schon läuft, einfach in einen sauberen gesetzlichen Rahmen bringen.